Herzlich Willkommen zum Lecturecast Bürgschaft. Die Bank, die einen Kredit gewährt, der Verkäufer, der den Kaufpreis stundet, die werden eine Absicherung für ihren Schuldrechtlichen eben nur relativen Anspruch haben wollen. Ein solches Mittel der Kreditsicherung ist die Bürgschaft. Die Bürgschaft verschafft dem Gläubiger einen weiteren Schuldner, eben den Bürgen. Das wollen wir uns anhand einer Grafik ansehen, was bei drei personalen Verhältnissen immer sinnvoll ist. Wir haben also einen Gläubiger, beispielsweise der Verkäufer, beispielsweise der Kreditgeber und einen Schuldner, in unseren Beispielen eben der Käufer oder der Kreditnehmer. Das zugrunde liegende Verhältnis ist entweder ein Kreditvertrag oder ein Kaufvertrag. Wenn der Gläubiger sich nun mit seinem rein schuldrechtlichen Anspruch gegen den Schuldner nicht zufrieden gibt, er möchte sich also nicht auf sein Insolvenzrisiko einlassen, dann bietet die Bürgschaft ein taugliches Sicherungsinstrument. Die Bürgschaft und das ist auch für die Prüfung der erste wichtige Schritt, ist nun ein Vertrag zwischen Bürgen und Gläubiger. Es kann natürlich sein, dass der Schuldner und der Bürger eine Vereinbarung haben. Etwa eine Vereinbarung, durch die sich der Bürger verpflichtet, eine Bürgschaft einzugehen. Aber das ist nicht die Bürgschaft. Das mag ein Auftrag zum Eingehen einer Bürgschaft sein. Die Vereinbarung, die wir als die Bürgschaft bezeichnen, ist die Vereinbarung zwischen Bürger und Gläubiger. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Schuldner liquide ist und ohnehin seine Verpflichtungen bezahlt. Es wird allerdings viele Situationen geben, in denen der Bürger drankommt, schon vor Jahrhunderten hat man gewusst, dem Bürger kannst du würgen. Das bedeutet, in einer Situation, wo der Schuldner nicht bezahlen kann, muss eben der Bürger ran. Die Bürgschaft ist für ihn also ein gefährliches Geschäft und der Gesetzgeber reagiert darauf mit der Anordnung des § 1346 Absatz 2 ABGB. Die Bürgschaftserklärung gegenüber dem Gläubiger hat schriftlich zu erfolgen und schriftlich heißt nach dem System des ABGB § 886 ABGB unterschriftlich, wobei auch nach der Judikatur eine Telefax oder per E-Mail eigenhändig unterschriebene aber gescannte Bürgschaft ausreicht. Die Bürgschaft ist durch zwei wesentliche Prinzipien gekennzeichnet, Akzessorität und Subsidiarität. Was bedeutet Akzessorität? § 1351 und § 1363 ABGB sehen vor, dass der Bürger nicht leisten muss, wenn auch der Schuldner keine Verpflichtung hat. Dadurch unterscheidet sich die Bürgschaft ganz erheblich von der Garantie, die ja bekanntlich abstrakt ist und in einem eigenen Lecturecast erklärt wird. Die Akzessorität der Bürgschaft hat natürlich Bedeutung für Einwendungen des Bürgen, die darauf gerichtet sind, dass der Schuldner gar nicht verpflichtet ist, dass also beispielsweise der Kaufvertrag wegen eines Dissens unwirksam ist und daher die Bürgschaft für den Käufer auch nicht schlagend wird. Aber sie hat in der Praxis erheblich weitere Bedeutungen, nicht nur für die Unwirksamkeit der Verpflichtung des Hauptschuldners, sondern auch für sonstige Einwendungen, beispielsweise mangelnde Fälligkeit. Oder in unserem kaufvertraglichen Beispiel könnte der Bürger auch einwenden, dass die Leistung, die der Verkäufer dem Käufer erbracht hat, mangelhaft ist und deswegen die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages erheben. Also mit anderen Worten, der Bürger hat alle Einwendungen, die auch der Hauptschuldner erheben kann. Das ergibt sich aus dem Prinzip der Akzessorität der Bürgschaft. Die Subsidiarität der Bürgschaft ist nach dem Konzept des Gesetzes nicht sehr stark ausgeprägt. Subsidiär ist die Bürgschaft zwar insofern, als sie bei Fälligkeit nicht sofort sich aussuchen können, gehen sie gegen den Hauptschuldner vor oder gehen sie gegen den Bürger vor. Die beiden sind also nicht Gesamtschuldner im Sinne des § 891 ABGB. Sie müssen zuerst gegen den Hauptschuldner vorgehen, aber, deswegen habe ich gesagt nicht sehr stark ausgeprägt, sie müssen ihn nur mahnen. Der gemeine Bürger, wie das Gesetz ihn nennt, kann also in Anspruch genommen werden, wenn eine Mahnung gegen den Hauptschuldner erfolglos geblieben ist. Das Gesetz ermöglicht den Parteien aber, ganz im Lichte der Privatautonomie, davon in beide Richtungen abzuweichen. Natürlich können sie vereinbaren, dass der Bürger sofort in Anspruch genommen werden kann. Dann ist er Gesamtschuldner und man nennt ihn Bürger und Zahler. Sie müssen dann den Hauptschuldner nicht vorher mahnen. Sie können aber auch in die andere Richtung abweichen und können beispielsweise vereinbaren, dass der Bürger nur Ausfallsbürger ist. Er ist also nicht schon dann in Anspruch zu nehmen. Sie können ihn nicht schon dann in Anspruch nehmen, wenn sie den Hauptschuldner erfolglos gemahnt haben, sondern sie müssen tatsächlich Klage und Exekution gegen den Hauptschuldner geführt haben. Und erst dann, deswegen Ausfallsbürger, können sie gegen ihn vorgehen. Dadurch ist er natürlich in einer besseren Position, als wenn die Mahnung bereits ausreichen würde. Eine Ausfallsbürgschaft, um einen praktisch relevanten Fall zu nennen, hat beispielsweise das Land Kärnten für die damalige Hypo Alpe Adria übernommen. Sie war also Ausfallsbürgerin, die in dem Zeitpunkt eintreten musste für die Verpflichtungen der Bank gegenüber ihren Gläubigern, wenn die also durch Klage und Exekution in Anspruch genommen wurde und nicht mehr zahlen konnte. Und dort hat sich wie in vielen anderen Fällen auch die Frage gestellt, was passiert denn, wenn ich nicht mehr Klagen muss und Exekution führen kann, weil es bereits ein Insolvenzverfahren gibt und der Gesetzgeber hat das eindeutig geregelt. Auch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens reicht bereits aus und sie können gegen den Ausfallsbürger vorgehen. Und dann gibt es noch andere Varianten, also noch krassere Subsidiaritätsvarianten der Bürgschaft. Das wäre etwa der Nachbürger. Der Nachbürger bürgt überhaupt erst für den Bürgen. Das heißt also, da haben sie zwei Stufen zu überwinden. Sie gehen zunächst gegen den Hauptschuldner vor, dann gegen den Bürgen und auch wenn der nicht zahlen kann, dann greifen sie auf den sogenannten Nachbürgen. Und schließlich gibt es noch eine Variante, die wir als den Entschädigungsbürgen bezeichnen. Der Entschädigungsbürger, der tritt überhaupt nicht für den Gläubiger auf. Das heißt, er schließt keinen Bürgschaftsvertrag mit dem Gläubiger, sondern der verspricht den Bürgen, ihn zu entschädigen, wenn dieser in Anspruch genommen wird. Also verschiedene Formen der Bürgschaft. Nicht immer ist die Subsidiarität auch tatsächlich die gelebte Praxis, Stichwort Bürger und Zahler. Und nicht immer ist die vom Gesetz vorgegebene Variante die gemeine Bürgschaft. Die Variante, die man in der Praxis auch wählt. Die Ausfallsbürgschaft ist etwa durchaus häufig. Wenn der Bürger in Anspruch genommen wurde und bezahlt hat, dann kann man Regress nehmen. Der Bürgerregress richtet sich so wie immer grundsätzlich nach der Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner. Das sind jetzt der Bürger und der Hauptschuldner. Und daher haben sie auf der Grafik im Verhältnis zwischen dem Schuldner und den Bürgen auch den § 1014. Sie wird ein Aufwandersatzanspruch sein, wenn es einen Auftrag zum Eingehen der Bürgschaft gegeben hat, der eben in § 1014 geregelt ist und einen Ersatz aller notwendigen und nützlichen Aufwendungen vorsieht. Subsidiär können Sie auf die Legalzession des § 1358 zurückgreifen. Das heißt, dass die Forderung, die Sie getilgt haben beim Gläubiger, auf Sie als Bürger übergeht und Sie dann nach § 1358, Legalzession, den Anspruch geltend machen können. Und mit diesem Anspruch gehen auch allfällige Sicherheiten über. Das sind natürlich nicht die Sicherheiten, die Sie selbst gestellt haben. Sie sind selbst der Bürger, das kann nicht auf Sie übergehen. Aber es kann ja sein, dass es neben Ihnen noch einen zweiten Bürger gibt. Es kann sein, dass es neben Ihnen noch einen Pfandbesteller gibt. Und all diese Sicherheiten gehen mit § 1358 unmittelbar auch auf Sie über und sichern Sie dann also im Regress gegen den Hauptschuldner ab. Dass die Bürgschaft gefährlich ist, das haben wir eingangs schon gehört. Und das war ja auch der Grund dafür, dass wir das Schriftlichkeitserfordernis haben. Die Schriftlichkeit, so ehrlich muss man sein, ist allerdings eine Hürde, die man recht leicht überwindet. Sie brauchen nur einen Wischunterschreiben und dann sind Sie bereits Bürger. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers und insbesondere der Rechtsprechung, die in dem Fall sehr aktiv geworden ist, reicht das nicht aus. Im Anschluss an Entscheidungen des Deutschen Bundesgerichtshofs hat der österreichische oberste Gerichtshof um die Jahrtausendwende ausgesprochen, dass eine Bürgschaft, die den Bürgenexamte offensichtlich krass überfordert, in Analogie zum Wuchertatbestand nach § 879 Absatz 2 Ziffer 4 unwirksam, also nichtig sein kann. Um welche Fälle ging es? Es war sehr häufig, dass also jemand einen Unternehmenskredit, ein selbstständiger Unternehmer einen Kredit aufgenommen hat und was man gemacht hat, man hat Angehörige mit zur Bank genommen, hat ihnen gegenüber, natürlich dürfen Sie den psychologischen Druck da nicht vergessen, das Ganze als eine bloße Formalität dargestellt, nämlich Bankbetreuer und die Ehegatten, die den Kredit aufgenommen haben, dann hat man was unterzeichnet und Ex ante war bereits erkennbar, für diesen Millionenkredit kann ich mit diesem Einkommen als Bürger nicht aufkommen. Und in diesen Konstellationen hat der oberste Gerichtshof krasse Überforderung, Zwangslage in Analogie zu § 879 Absatz 2 Ziffer 4 den Wuchertatbestand angenommen und der Gesetzgeber, das kommt häufig vor, wenn es um die Auffüllung von Generalklauseln geht. Der Gesetzgeber hat den Ball dankend aufgenommen, den ihm die Rechtsprechung aufgelegt hat und hat ins Konsumentenschutzgesetz eigene Regelungen über den Interzisionsschutz aufgenommen. Da finden Sie auf der einen Seite in § 25a und § 25b Aufklärungs- und Informationspflichten, wenn Ehegatten gemeinsam einen Kredit aufnehmen, aber auch wenn jemand bürgt, nämlich Aufklärungspflichten darüber, dass es dann eng werden könnte, dass die Bürgschaft tatsächlich ein gefährliches Geschäft ist. Und vor allem gibt es in § 25d in gedanklicher Erweiterung zum Wuchertatbestand des § 879 dann Regelungen für Mäßigungsrechte, die der Richter nach Ermessen ausüben kann. Das heißt also, er kann sich den Fall im Einzelfall nämlich anschauen und kann die Frage stellen, ob der Bürger durch das Eingehen der Bürgschaft nicht überfordert war. Und anders als beim Wuchertatbestand, wo sie die Bürgschaft nur entweder annehmen können oder die Sittenwidrigkeit und Nichtigkeit bejahen und damit die gesamte Bürgschaft ablehnen, kann der Richter hier graduell vorgehen und kann beispielsweise eine Mäßigung um 25%, um 50%, auf 25% vornehmen. Das heißt, dass dieses Mäßigungsrecht sehr flexibel ist und dem Richter ein Ermessen gibt und damit kann er auf diese Situation reagieren. Er kann nämlich die Gefährlichkeit der Bürgschaft zum Anlass für die Mäßigung nehmen. Bellen Bremen Reform Keep Garrett method type group group